Wir sind zu zweit. Also ich und mein Freund. Sag mal was. Hallo. Hallo. Schaut über mir zu. Was? Nö. Aber... Doch. Ja. Jetzt. Schaut jemand zu. Hi. X. Das bin ich. Hätte ich eingeladen, ne? Ja. Ich würde vielleicht, ähm, Leute für euch, ähm, diesen Skin oder, wenn ihr wollt, den Schwarzen Ritter. Nur wir, eigentlich ist geil, wenn wir uns vermehren und so, dann verlose ich den. Hä, du bist, du bist eh, du bist eh, ähm, in deinem Account. Auf deiner Account würde ich. Äh. Warum machst du deinen Dienst, Skin? So, ich habe mir das gerade gekauft, einfach so. Gerade eben. Ja. Okay, nice. Okay, nice. Okay, wollen wir ein Duo spielen? Ja, können wir. Bist du gut? Keine Ahnung. Glaubst du, wer will gewinnen? Keine Ahnung. Also. Okay. Ich schwör dir, wenn... Sechs Abos. Sechs Abos, keine Ahnung. Kannst du das sehen? Nein, kann ich nicht sehen. Meine Freunde, auf jeden Fall. So. So. Okay. Okay. Wie sie? Ja, okay. Ich habe ein Bildschirm, so klein, ne? Wo spielst du? Ich habe ein Bildschirm, aber... Schau doch mal ein Bildschirm. Du siehst ja im Stream, dass... Das ist so, ist das hier so... Ähm... So eckig ist, ne? Das ist bei mir jetzt so. Oh, so das? Mhm. Okay. Da muss ich mich gewöhnen. Es ist ja egal, wenn du jetzt, ähm... Wenn du das deinen Freunden erzählst, dass... Dass du... Dings weiterleitest. Und was ist das meine, ne? Das ist so. Spielte aber keiner von den Vorteilen mehr eigentlich. Oder auf PS4 oder so. Kannst du auch machen. Abonniert's, Pascal. Also... Kannst du ja sagen. Ich gehüte... Da ist jemand... Wo hast du mal das hingeflohen? Nein, da ist jeder mir. Uh, headshot. Alter. Nein. Er trifft nicht, er trifft nicht. Er trifft nicht. Oh, oh, warte. In der Mitte, Alter. Er hat mich gefinisht. Ich gebe es... Ich gebe es... Ich gebe es ein T-Mail, so ein Headshot, ne? Und dann kommt der andere. Alter, alter, alter. Er geht in die Mitte. Schnell, schnell, schnell. Wollte ich nach oben? Wollte ich nach oben? Los. Da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Pass auf, spring. Spring, schieß. Ja, super, super. Bin ich schiebt? Gut, geh nach unten. Da ist ein T-Mails. Pass auf. Super. Hat einer von denen nicht gekillt? Äh, mir ja. Den ersten. Aber ich habe sie alle so low geschossen. Aber ich habe den einen Headshot gegeben. Und den anderen hat eine 68er Hit von mir bekommen. Aber irgendwann habe ich dann irgendwas, irgendwann habe ich 100.000 Abos oder so. Irgendwann. Ich mache noch ein Kanal, irgendwas vielleicht. Er kann ja zusammen eine Kanal machen. Ja. Haben wir schon, wollten wir schon mal, oder? Wollen sie machen? Ohne. Alter, Alter, Alter. Das schaut gar keiner zu, ne? ich habe es erst gestern gemacht ich habe es gestern meinen kanal gemacht gestern ich bin ich baumeister pro hinter dir spielbäumeister pro dann bist du besser ich kann das sicher nicht jedoch du musst einfach nur wenn du in der wand bauen willst musst du auf schießen drücken und wenn du eine treppe bauen willst du musst einfach auf zielen drücken also wasser mit meiner halbe soll ich dann schießen und zielen nein du machst du hast auf baumodus so so dass wir machen wollen wir spielwiese können wir alles gemacht aber ich weiß ja dann bauen also ohne macht macht einfach jetzt material formen oder folgt mir erst mal folgt mir einfach okay ich mache 10 steam so drei stunden oder so oder bricht einmal ab oder so kann man sich wechseln ich habe sechs abos aber auch in einen tag sechs abos sein schon gut ne ja gewinnt aber folgt mir ich komme mit hier okay war mal holz ab hier und dann auch stein und metall ab so so ich muss man kurz dann später zum mann ich muss ja ein bisschen form gehen also wir sehen es robust und dass ich dass ich toten drüber herstellen kann okay ich könnte auch 130er besorgen mache ich dann auch mit 30er toten rüber habe ich schon 16 stück gekommen bist du komme ja okay versuchst du bauen jetzt versucht zu bauen und wird dann den ganzen waffen die brauchst du nicht also wenn ich jetzt hier auf einstellungen dann geh auf controller dann steht da was ja jetzt habe ich warte komm her komm mal stell dir auf einstellungen was wieviel hast du controle empfindlichkeit habe ich steht das scheiße jetzt gehe auf dieses erste da steht wir lässt controller empfindlich 0,5 0,5 alter macht beim ersten macht 0,8 und mein zweit macht 0,7 weil da müsste schneller anbauen wenn du willst kannst du auch neun machen oder so neun machen oder so alter bei mir lex ich weiß müsste ich auch aber du kannst dafür so bauen aber das ist wirklich viel besser alter habe ich einfach so voll der mensch kassiert ich muss kurz alter es leckt so hardcore ich brauche ein medkit alter die neue raketenwerfer also dieser lenkraketenwerfer der ist geil warte spring drauf spring drauf warte ich warte ich fliege jetzt mit einer krieg der zu dir du musst drauf springen okay alter alter warte noch mal noch mal noch mal ich muss kurz bisschen weiter so aber erst wenn sie zu mir kommt nein was machst du so ja ich dachte erst wenn sie jetzt zu mir kommt ja okay alter spring doch muss springen ja jetzt ich bin ich bin ich bin ich bin ja ich bin ich bin erster wirklicher versuchte eigentlich schon das lukitz finden und dann lasst so so machen das ist sogar das ist all deinen jack jack was war hier wenn man nicht das sniper battle machen das wird mehr als sniper battle okay ich habe schon eine frage aber was was ich habe die neue welche neue zeigt darf ich dir einmal ich habe sie noch nie ich gibt sie auch wieder zurück wir müssen los kommt damit machen wir dürfen nicht doch wir dürfen schon ziehen aber ja klar wir dürfen schon zielen aber finde für mich ein jahr die meinten fix gut ja halt nicht so kämpfen ja ähnlich wir machen ja mit bauplatz unseren schweiz oder nein wir machen so ein baubettel und da machen wir oben drauf dann beginnen wir zu snipen und sobald ohne runterschießen weil er ohne runterschießen weil sonst behindert ich habe selber nur die sniper und die sich ja nicht so gut ja man darf höchstens eine snapper haben weil zwei sind irgendwie schon ein bisschen ok ja gut dann werfe ich die weg wenn ich hast du eine mahlschutznepper bei jagdgewerber am besten oder jagdgewerber und schutznepper ja ich will ja ich würde ich würde ich würde jagdgewerber dem aber erst mal müssen wir jetzt finden ich glaube hier in der stadt sind sicher zwei oder drei also ich habe noch gar keine gesehen gleich auch nicht aber vergessen dass ich streame egal etwa ich schon nach dass sie damit bei der david ne ich habe mir abgebracht ich und der david haben gespielt wenn nur es bleibt also wir haben gesagt nur snapper er kommt mit heavy shotgun alter was ich habe schon jacke weil jetzt finde ich eins für dich gefunden haben hier in dem tabell oder sammeln nein glaube ich da oder so alter sie zeigt bei mir es gibt noch ein w glaube ich alter es leckt so hardcore alter wegen dem stream glaube ich ja kann sein aber ich habe eh keine zuschauen noch mal die neue wenn noch mal dieses war machst du ein weiter machen video oder übertragen leute wenn keiner zuschaut da muss übertragen werden leuten